Hallo, in dieser Übung setzen wir Artikel ein. Infolge des Streits, Genitiv. Nach dem Frühstück, Dativ. Während des Festes, Genitiv. Gegen alle, Akkusativ. Ohne Lust, Akkusativ. Zu den Häusern dort, Dativ. Statt des Tisches, Genitiv. Und noch einmal, infolge des Streits, Genitiv. Nach dem Frühstück, Dativ. Während des Festes, Genitiv. Gegen alle, Akkusativ. Ohne Lust, Akkusativ. Zu den Häusern dort, Dativ. Stadt des Tisches, Genitiv. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir verschiedene Artikel ein. Dabei achten wir auf die Präpositionen. Für bessere Bedingungen, Akkusativ. Um den Tisch sitzen, Akkusativ. Abseits der Städte, Genitiv. Seit letzter Woche, Dativ. Zu seiner Mutter, Dativ. Jenseits der Grenze, Genitiv. Bis zum nächsten Tag, Dativ. Und noch einmal. Für bessere Bedingungen, Akkusativ. Um den Tisch sitzen, Akkusativ. Abseits der Städte, Genitiv. Seit letzter Woche, Dativ. Zu seiner Mutter, Dativ. Jenseits der Grenze, Genitiv. Bis zum nächsten Tag, Dativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir Artikel ein. Dabei achten wir auf die Präposition. Wegen des Windes, Genitiv. Vor dem Streit, Dativ. In sein Auto oder in seinem Auto. Sein Akkusativ, seinem Dativ. Hinter der oder hinter die Baustelle. Hinter der, Dativ. Hinter die, Akkusativ. Ins Haus oder im Haus. Ins Haus, Akkusativ. Im Haus, Dativ. Zu seiner Mutter, Dativ. Aufgrund der Lage, Genitiv. Aufgrund der Lage, Genitiv. Und noch einmal. Wegen des Windes, Genitiv. Vor dem Streit, Dativ. In sein Auto, Akkusativ. In sein Auto, Akkusativ. In seinem Auto, Dativ. Hinter der Baustelle, Dativ. Hinter die Baustelle, Akkusativ. Ins Haus, Akkusativ. Im Haus, Dativ. Zu meiner Mutter, Dativ. Aufgrund der Lage, Genitiv. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video setzen wir die Artikel ein. Dabei achten wir auf die Präpositionen. Bis nach Hause. Dativ. Angesichts der Tat, Genitiv. Innerhalb eines Tages, Genitiv. Durch den starken Regen, Akkusativ. Aufgrund der Diskussion, Genitiv. Von meinem Onkel, Dativ. Mit dem neuen Roller, Dativ. Und noch einmal. Bis nach Hause, Dativ. Angesichts der Tat, Genitiv. Angesichts der Tat, Genitiv. Innerhalb eines Tages, Genitiv. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. nach Hause. Amos. Sha dells. Dad. Hö Datab. Hö encounterOUR. Rap? Da. Töneren. town.